So richten Sie zwei WhatsApp-Konten auf Ihrem iPhone ein. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es Euch? Ich hoffe es geht Euch gut und bei guter Gesundheit und im besten Fall heute mit Euch ein neues Video, wie Ihr meinen WhatsApp-Account auf Eurem iPhone einrichtet. Ich hoffe, es gefällt Dir, aber bevor Du es Dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und lass uns jetzt der Erklärung folgen. So fügen Sie Ihrem iPhone ein zweites WhatsApp-Konto hinzu, aber nur, wenn Sie eine zweite Telefonnummer haben, mit der Sie es verknüpfen können. WhatsApp ist eine sehr beliebte Messaging-App. So häufig, dass Sie vielleicht mehr als ein Konto haben möchten, um Ihre Arbeit und Ihr Privatleben zu trennen. WhatsApp erlaubt Ihnen standardmäßig nicht, zwei Konten zu haben, aber es gibt Möglichkeiten, die Einschränkung zu umgehen. Schauen wir uns an, wie Sie zwei WhatsApp-Konten auf einem iPhone erhalten. Verwenden Sie WhatsApp-Business, um ein zweites Konto zu erstellen. Viele Menschen nutzen die WhatsApp-Business-App, um mit Ihren Kunden und Auftraggebern in Kontakt zu treten. Mit WhatsApp ist das Erstellen eines zweiten Geschäftskontos einfach und kostenlos. Die folgende Methode funktioniert jedoch nur, wenn Sie Dual-SIM auf Ihrem iPhone oder eine aktive SIM-Karte auf einem anderen Gerät verwenden. Laden Sie zunächst WhatsApp-Business aus dem App-Store herunter. Führen Sie danach die folgenden Schritte aus. Öffnen Sie WhatsApp-Business. Wählen Sie Zustimmen und Fortfahren, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Wählen Sie Andere Nummer verwenden aus. Heben Sie die Telefonnummer der zweiten SIM-Karte ein. Klicken Sie auf Fertig. Wählen Sie Ja, um die Nummer zu bestätigen. Heben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihr Gerät gesendet wurde. Klicken Sie auf Wiederherstellung überspringen, wenn keine vorherige E-Cloud-Sicherung verfügbar ist. Geben Sie Ihren Namen ein und wählen Sie Ihre Unternehmenskategorie aus. Wenn Ihr zweites Konto für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist, wählen Sie einfach kein Unternehmen aus. Weiter klicken. Wählen Sie Erkunden aus, um weitere Informationen zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen. Um dies später zu tun, wählen Sie nicht jetzt. Das ist alles. Sie haben jetzt ein zweites WhatsApp-Konto, das von Ihrem bestehenden vollständig getrennt ist. Sie können Nachrichten senden und empfangen, WhatsApp-Anrufe tätigen, Gruppen erstellen und vieles mehr. Verwenden Sie WhatsApp, um ein zweites Konto rückgängig zu machen. Wenn Sie das Gefühl haben, das WhatsApp-Business so offiziell ist, ist die Alternative ab WhatsApp. Dieser App fungiert als Spiegel für ein anderes Gerät, das bereits über ein bestehendes WhatsApp-Konto verfügt. Laden Sie zunächst WhatsApp aus dem App Store herunter. Befolgen Sie dann diese Schritte. Öffnen Sie die WhatsApp ab und wählen Sie die Registerkarte Dual. Dies führt Sie zu einer mobilen Version von WhatsApp Web. Gehen Sie auf Ihrem zweiten Gerät zu WhatsApp-Messenger. Einstellungen auswählen. Klicken Sie auf Gerät verknüpfen, um den QR-Code auf dem iPhone-Bildschirm zu scannen. Sie haben jetzt Ihr zweites WhatsApp-Konto auf WhatsApp eingerichtet. Um Ihren ersten Account zu nutzen, gehen Sie einfach wie gewohnt auf die WhatsApp-App auf dem iPhone. Verwenden Sie dann die WhatsApp-App, um Ihr zweites Konto zu verwenden. Der Hauptnachteil von WhatsApp ist, dass es viele Anzeigen enthält. Im Vergleich zu den meisten dualen WhatsApp-Apps im App Store ist die Messaging-Oberfläche von WhatsApp jedoch recht mobilfreundlich. Andere Anwendungen sind weniger benutzerfreundlich, da Sie die Desktop-Version von WhatsApp Web anzeigen. Am Ende zoomen Sie hinein und heraus, um Ihre Nachrichten zu lesen und zu schreiben. Können Sie zwei WhatsApp-Konten mit derselben Telefonnummer haben? Leider können Sie nicht zwei WhatsApp-Konten gleichzeitig mit derselben Telefonnummer verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise versuchen, WhatsApp-Business mit Ihrer WhatsApp-Messenger-Nummer einzurichten, wird diese Nummer von der alten App getrennt. Alle Ihre WhatsApp-Messenger-Gespräche werden zu WhatsApp-Business übertragen und umgekehrt. Wenn Sie die Schritte von WhatsApp auf dieselbe Nummer anwenden, erhalten Sie nur eine exakte Kopie Ihres vorhandenen WhatsApp-Messenger. Beispielsweise werden alle neuen Nachrichten in beiden Apps angezeigt, unabhängig davon, wo Sie sie gesendet oder empfangen haben. Verwenden Sie Dual-WhatsApp auf Ihrem iPhone Es gibt Einschränkungen, wenn Sie zwei WhatsApp-Konten auf Ihrem iPhone haben. Im Moment kann dieselbe Telefonnummer nicht auf demselben Gerät verwendet werden. Sie können jedoch zwei WhatsApp-Konten haben, solange Sie mit unterschiedlichen Telefonnummern verknüpft sind. Andererseits gibt es Möglichkeiten, dasselbe WhatsApp-Konto auf mehreren Geräten zu verwenden, wenn Sie eine andere Art von Flexibilität wünschen. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.